Weiter geht's mit Kirby's Adventure und dem vierten Boss. Oh, yeah. Es sieht aus, als wäre es Cracko Jr. Aber ich kann euch verraten, immer wenn es aussieht, als wäre es Cracko Jr., ist es in Wahrheit sein Vater. Cracko. Yeah. Was wir machen müssen, ist einfach das Highjub nehmen und ganz schnell nach oben fliegen. Wui? Wui? Wir dürfen nicht runterfallen, wir dürfen keine Plattform verfehlen, weil sonst können wir uns nicht mehr retten. Dann sind wir tot. Was sollen wir nicht? Nein, 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 nein. So, das Cracko, wie wir ihn besiegen ist. Ja, genau so machen wir das. Genauso. Nein, was wir machen müssen. Oh, nein. Kacke. Bam. Genau das. Oh Gott, bin ich kacke? Nein, ich werde, glaube ich, sterben. No, nicht bei Cracko. Also Cracko ist zwar ein schwerer Charakter und das ist okay, bei ihm zu sterben, aber... Bitte nicht. So, erstmal verwandeln. Was? Ich dachte, der Ecke bin ich sicher. No, ich muss am Ende springen. Das wusste ich nicht. Warte, was, ich hab was neu... Oh, ich hab das neu machen. Geil, yeah. Ja, aber ich hatte vorher auch nicht voll Leben. Vielleicht sagt's daran. Oh, ich hasse Cracko und jedem Spiel hasse ich ihn. Das ist einfach viel zu krass. Wow, what? Was war da gerade los? No, 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 no. Cracko Junior will mich angreifen, aber ich will das nicht. Also lass in Ruhe. Du bist ein Blödmann. Lass mich in Ruhe. Ich will nach oben zu deinem Vater. Der soll dir kein Taschengeld mehr geben, denn du sollst nicht verdienen. Wenn du mich ganz angreifst, was habe ich hier? Look here! Bum, 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 bum. Ups. Jetzt go, wo ist er? Hier ist Wunder. Nee, das Wunder auf einmal. Oh, ich lasse mich immer vom gleichen Müll treffen. Wisst ihr was? Ich nehme das Halter mit sich mehr. Ich krefe mir jetzt so an. What? Was zum Teufel? Was zum... Ich hab keine Ahnung, wie ich hier angreifen. Ich weiß gerade nicht, ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles klar, übertreibt du scheiß Cheater. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Was zum F? Was soll ich da bitte machen? Nö, das ist mir jetzt egal, ich ignoriere es alles. Ich fliege jetzt ganz schnell nach oben. Ich hab keinen Bock auf das kleine Minigame. Lass mich, lass mich in Ruhe. Lass mich nicht treffen. Das finde ich nicht okay. Oh, Mann! Alter! Ja, übertreib! Wisst ihr was? Ich mach ein Safe-Tech einfach gleich. Was? So ein Henker? Überfliegen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das brauchen wir. Um ihn dann zu schaden. Das ist der einzige Weg, ihm zu schaden. Ich hab mal kurz jetzt ein Screenshot... Äh, ein Safe-Set machen. Und ich hab keinen Bock drauf. Ist mir egal, dass man das jetzt sieht. Aber das mach ich auf gar keinen Fall mit. Das, dann können wir mich mal. Näh. Niemals still. Es läuft gerade gut. Wow. Wow, ich hab's außen gewissen. Was? Wie? Geht drüber rüber fliegen. Zack. Äh. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Safe-Set. Okay, let's go. Lass mich daunen, Bam. Yes! Verrück! Ach, tut mir leid, dass ich gerade so ausgerastet bin. Der Typ riegt mich auf. Oh Gott. Das war ein super Start in die Folge. Ich hoffe, die nächste Welt wird mich runterkriegen. Joghurt-Yard. Der Joghurt-Garten. Hui. Yay. Nein, Kirby. Oh. Uff. Da. Äh. Bäh. Ich weiß, die Secret Access ist gerade nicht. Das ist nicht sehr, sehr gut. Die bräuchte ich nämlich jetzt. Denn ich will ja 100% machen. Und ich hab extra gesagt, dass ich nachher vor jeder Folge gucke, wo die Secret Access sind. Aber ich hab heute vergessen, das zu machen. Egal. Passieren tun wir es nicht. Wir fliegen einfach weiter. Ich glaub, da unten geht es. Secret Access, yeah. Nur, wir kommen wieder hin, das weiß ich gerade, leider nicht. Ich glaub, man muss dann in der linken Seite irgendwo nach unten kommen. Oder? Ja, 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 genau. Ich glaub, man hier. Vielleicht ist es sogar wirklich nicht so mit Access, nicht nur so ein Bonus. No, no, no. Bitte tötet mich nicht. Okay, was gibt's hier? Ernsthaft. Scheinfähigkeiten und Run-Up. W-w-w. W-w-w. Ach so, ich soll noch unten. Mh-mm. 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 Ich bin auch noch schlau. Okay, lass mal schauen. Dich nehme ich mit. Kann bestimmt noch gebrauchen. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Lass mich in Ruhe. Ich will das einsetzen. Okay, let's go. Einsetzen. okay super geil freut mich das level aufbau so verwirrend was ist los diesem spiel warum alles verwirrt das wird selbst nicht das kann nicht wahr sein dass er denn dieser blödsinn hier das will ich habe nicht mehr mit machen da einfach alle ab ich mache hier nicht mehr mit und zack ich bin aus dem spiel gekommen oh gott ich bin richtig du musst dich konzentrieren mich jetzt haben wir auch erst mal ein safet hier dann will ich das nicht mehr machen muss mein gott so sieht nicht aus als hätten wir doch sieht doch aus ich würde sagen ich mache jetzt einen karten schau mal wo ich sie gut ich bin so schlau london london ich wusste irgendwo ich wusste hier gab es irgendwo ein secret exit das ding ist hier aber ich hätte auch gefunden aber ich bin dann verregt super ja es gab ja wirklich ein secret exit ich habe es mir schon gedacht irgendwie okay und dann kommt man woraus hier am ende okay um ein wenig die stimmung wieder aufzukommen würde ich sagen spiele wenig kranfieber ich will das grüße große plüscher haben hier das muss das muss gut sein das war gut das war gut das war gut ja es war gut okay die zwei wunders haben wir wieder drinnen 202 und weitere zwei habe ich verkackt wie es aussieht weil ich früh los gelassen habe oder wir haben glück und steht ja wir haben glück 2 plus 2 sind 4 ich kann die welt wird anscheinend mit diesen ganzen bunten blöcken aufgebaut sein und höhen und scheint auch was wort er mich denn bitte getroffen wo was sind das für hitboxen wird so schön so ich das schwert damit die unter wasser mit dem schwert schlagen kann das ist wie das alte als einleitigsten items wenn ich sogar das einzige item was man unter wasser benutzen kann ich sage das schwert ist richtig okay ich gebe keine erfahrungspunkte oder sonst was brauche nicht besiegen die stimmen ist nur im weg die nerven nur hey wird es was was mein wort ach so über mir wirklich eine bombe hier sind die typen einfach alles klar was denn mein gott jetzt regt mich das spiel so auf hilfe 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 ich komme ich gar nicht mehr klar auf das spiel vor allem was ist das für ein background interessant finde ich den okay einen moment wie kommen wir da rein da muss auch so ein geheimnis geben gibt es hier zwischen irgendwas kann mir zwischen mir was auf die muss verpasst ich vielleicht komm her du du sagst mehr mit dem können wir auch nichts anfangen ich weiß es nicht ich glaube wir kommen wir noch hin ich ignoriere jetzt erst mal weil es gibt ja keine exakt nachgeschaut hilfe dass mich in ruhe dass mich nur okay bin ich jetzt in einem baum ich nehme ich mir mit feierbogen rein da jetzt kommt mein skill wieder zu vorschein hoffentlich kann man was gibt es hier oben kacke ein boss kommt während ich nur ein leben habe ich kann mich durch die sie gewonnen würde ich sagen wäre ich nicht dumm und würde von vorne raus dann greifen mir gar meinen was noch mal so was was zum teufel was war hat nein noch mal gemacht so bin ich rechtzeitig bemerkt ich versuche mich versuche ich versuche mich versuche ich versuche mich versuche ich jetzt daneben du labben jemanden hammer hammer wie du dich bewegst mit dem hammer so gut das war ganz cringe aber es ist mir das erst mal wenn wir euch ich will mein hammer behalten und bang 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 ok woher muss da ist auch nichts wo geht es hier unten weiter was ist heute lang ach je wollte es zu fügen gehen weil ich da war für spaß okay warte lassen geheimer raum wird zum geheimen raum und wir kommen zum geheimen raum das guckt mir doch an ich folge der ähnlich allzu lang sind 20 minuten das ist ganz okay nö das akzeptiere ich jetzt nicht ihr schweine ich habe bock mehr mit euch nicht so gut mit der folge aber ich meine das ist unter zehn folgen zu ende sein von daher ist es okay wenn ich wieder mal etwas länger für was brauche ich habe gewusst das museum geil wie ein hammer nur so schrott in jemand haben wir okay das hühnchen ja mal später der bock auf das nächste level ich hoffe die nächste welt hat jedem level zu gut exit glaube ich bin mir nicht sicher dass ich es gibt entweder sieben oder acht welten und sind es welt fünf neuer nicht ich habe ich glaube sieben welt sollte es geben also wir sind im wasser ist nicht okay es war nur wo er kommen da kam es aus dem nichts Ich mag Hijab irgendwie, mittlerweile. Ich hab nichts gesagt. Ich nehme mich mit. Ich bin really... Juuu... Juuu... Baaam, baaam, baaam... Juuu... Aua. Baaam, weiter geht's. Juuu... Wow! Ups. Ach mann! Egal, ich hab genug Wunder, dass ich kann's mir leisten. Nö, ich bin rich. Flex, Flex. Okay, let's go. Three, two, one, go. Go, hab ich gesagt. Los, Kirby, weil dich! Das geht um Zeit. Wir haben noch 10 Sekunden. Drei, zwei, zwei, drei. Scheiße, hab ich mir zerkackt. Warte, geht's. Nein, nein, nein. Wow. Habt ihr gesehen, wie schnell ich noch weg war? Weggeflogen bin am Ende. Nein. Krass, der Krupp. Dum, bum, bum. Oh nein, hier gäbe es bestimmt so ein One-Up-Ding oder so. Ah nee, dann könnte man einfach... Kann man nicht rüberrennen, so wie in Minecraft? Na, kann man schnell nicht. Schade. Was ist mit diesem Ding da? Anstrengend. Jetzt hat er sich despawned. Cool. Nein! Oh nein! Autsch! Ich bin so kacke heute. Es tut mir wirklich so leid, dass ich immer in jeder Folge irgendwie richtig schlecht bin. Es tut mir wirklich leid. Auch wenn ich das eigentlich nur sage und es ist dann nichts passiert. Es tut mir wirklich leid. Ich will nicht schlecht sein. Ich versuche heute mein Bestes. Es ist vielleicht nichts daran. Ich würde mich darauf schieben, aber vielleicht nichts daran, dass ich mit Kastatur spiele. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich versuche wirklich gut zu spielen. Irgendwann im Hard-Mod-Run muss ich das dann zeigen, dass ich gut bin in dem Spiel. Seht ihr? Skill! Skill! Ja gut, das ist aber auch da. Assi! Äh. Assi-Ords, was auch immer. Zack! Oh Mann, das ist unfair. Das ist so unfair, meine Güte. Es tut mir so leid. Crack ist an einem mit Schuld. Das weiß ich. Blöd, Mann. Der verfolgt mich von überall. Oh. Ah, hier ist ein Seward Exit. Genau. Und dann sollte ich hier... Oh wow, wie groß ist denn die Welt? Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Aber ich denke, die Folge ist ab hier zu Ende. In der nächsten Folge werde ich dann... mir mehr Mühe geben. Ich werde es versuchen, okay? Haut rein, Leute, wer es euch gefallen hat. Würde mich trotzdem eine Post-Bewertung sehr, sehr freuen. Vielleicht teilt ihr auch das jetzt per ever, ganz cool. Und schalt beim nächsten Mal bitte wieder ein, wenn wir dann wieder mal weitermachen. Was ist das für eine Abmoderation, was ich immer mache? Ich habe keine Ahnung. Egal. Viel Spaß noch und ciao! Ciao!